Die Ostküste der Vereinigten Staaten erstreckt sich über 2500 Kilometer. Von Florida über die Südstaaten, vorbei an New York und Boston bis zur kanadischen Grenze. Die Südstaaten. Sklaverei und Bürgerkrieg prägten einst ihren Alltag. Heute gelten sie als besonders entspannt. Die Reise geht von Georgia über die Carolinas bis Virginia. Sie endet in der Höhe der Hauptstadt Washington. Ganz im Süden von Georgia, in Allenhurst, wo die Sommertage heiß und schwül sind, liegt die Farm von Horsley Hall. Hier ist alles ein bisschen anders als auf den Nachbarhöfen. Vor allem der Fuhrpark ist betagter. Mein Vater war Bauer. Ich war zu klein, um ihm zu helfen, hab aber alles von ihm gelernt. Horsley Hall ist ein Farmer, der auf dem Feld alles alleine schaffen will. Und es wäre ihm viel zu langweilig, jeden Morgen schon zu wissen, was der Tag für ihn bringen wird. Er liebt die Vielfalt. Und klassische Südstaatengewächse. In der ersten Reihe sind gefleckte Wachsbohnen. Dann zwei Reihen Red Ripper Kuhbohnen. Viermal Erdnüsse. Eine mit grünen Kocherdnüssen. Richtig lecker. Und auf der linken Seite acht Reihen mit Red Ruby Süßkartoffeln. Horsley Hall. Ein selbstbewusster Georgia-Landwirt. Zwischendurch zog es ihn für ein paar Jahre als Musiker in die Army. Aber auf die Dauer war das nichts für ihn. Dann doch lieber das Leben auf einem Südstaatenacker verbringen. Mit allen Nachteilen. Die Insekten machen einen fertig. Es ist staubig. Ich kriege Spritzen gegen meine Allergien. Ich weiß auch nicht. Ich laufe ständig durch Schlamm, Dreck und Zuckerrohrfelder. Und dann ist da noch sein Hobby. Autos. Alte Autos, versteht sich. Sein Chevy hat fast 60 Jahre auf dem Buckel. Und dank guter Pflege dürfte er problemlos 100 werden. Ich habe ihn von Freunden hier in der Nähe wohnen. Eigentlich kommt er vom Schrottplatz. Und ich habe ihn komplett restauriert. Vielleicht war das verkehrt. Es war viel zu teuer. Aber ich wollte einfach ein Stück Geschichte haben. Das Besondere an Hossley Halls Wagen ist die Speziallackierung. Eine Hommage an den amerikanischen Traktor-Klassiker. Ich liebe dieses John Deere Grün. Und ich wollte einen Truck genau in dieser Farbe. Für mich ist das wunderschön. Und für andere Leute auch. Eine eigene Farm in Georgia? Noch im 19. Jahrhundert wäre das für Menschen mit dunkler Hautfarbe völlig unmöglich gewesen. Sie wurden als Leibeigene missbraucht und zur Arbeit auf Farmen und Plantagen gezwungen. Erst nach dem Bürgerkrieg wurde die Sklaverei offiziell beendet. Hossley hat einfach Spaß an seinem Hof. Zusätzlich zum Ackerbau mästet er auch noch Rinder auf der Farm. Sie wissen ja, dass die African Americans nicht von hier stammen, sondern alle verschleppte Sklaven waren. Sie wurden übel behandelt und ihnen wurden falsche Versprechungen gemacht. Darum wollen sie heute nichts mehr mit der Landwirtschaft zu tun haben und kümmern sich auch nicht gut um ihre Farmen. Das sind aber nur sehr wenige. Ach ja, Nebenjobs hat er auch noch. Hossley Hall ist erfolgreicher Sänger, Komponist und Musiklehrer. 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 Georgia, berühmt für prachtvolle Südstaatenhäuser. Viele wurden noch vor dem Bürgerkrieg gebaut und zeugen vom Wohlstand der Plantagenbesitzer. Die nächste Etappe führt über die Golden Isles, die goldenen Inseln von Georgia. Vorbei am herrschaftlichen Anwesen des Jekyll Island Club Hotels. Wer es sich leisten kann, der wohnt auf St. Simons Island. Oder macht er Urlaub oder lässt sich wenigstens dort bestatten. Genauer gesagt vor der Insel. Ein paar Mal pro Monat fährt capfhändig Urnen- und Trauergäste auf den Atlantik. Eigentlich ist er Kapitän, aber meistens springt er auch als Prediger ein. Die nächste Reise ist für Lina. Willkommen an Bord. Danke für die Ehre, an diesem besonderen Ereignis teilhaben zu dürfen. Wir werden rund drei Meilen rausfahren, einen passenden Platz für die Andacht suchen und dann zurückkehren. Sie müssen sich ein bisschen ranhalten. Es braut sich ein Gewitter zusammen. Bei 30 Grad und extremer Luftfeuchtigkeit können die hier ziemlich ungemütlich werden. Für den Abend hat Cap Fendig noch eine Angeltour geplant. Aber die wird er wohl ausfallen lassen müssen, der Kapitän mit dem ungewöhnlichen Vornamen. Ich heiße Cap, C-A-P, und ich habe den Namen von meinem Großvater. Der kam nach meiner Geburt reinmarschiert und sagte, der soll Cap heißen. Und so wurde es gemacht. Puddle Shuttle, Pfützentransporter, heißt das Totenschiff. Obwohl es auf der offenen See unterwegs ist. An stürmischen Tagen können nur große Pötte fahren. Wie die Autotransporter, die zwischen Amerika und Europa pendeln. Drei Meilen vor der Küste wird die Asche der verstorbenen Lina dem Atlantik übergeben. Wir sind jetzt an diesem besonderen Ort angekommen. Und normalerweise werden ein paar letzte Worte oder Erinnerungen ausgetauscht. Dann verstreuen wir die Asche und legen einen Ring aus Blumen. Lina war für mich mehr als seine Schwester. Sie hat mich großgezogen. Daran erinnere ich mich, wenn ich an sie denke. Und so vermischen sich Linas sterbliche Überreste. Für alle Zeiten mit dem Ozean, den sie so sehr liebte. Ruhe in Frieden, Lina. Die meisten haben ein sehr entspanntes Verhältnis zu so einer Bestattung und sehen das mehr als fest. Ich kann mich nicht erinnern, dass mal jemand in Schwarz gekommen wäre. Außer mir. Ich trage aus Respekt immer Schwarz. Und weil Cap ein gewiefter Geschäftsmann ist, kann man bei ihm auch Hochzeitstouren und Sunset-Trips buchen. Aber bekannt ist er für seine Beisetzungen. Mitten auf St. Simons Island liegt die Kommandozentrale von Captain Cap. Nichts überstürzen ist sein Credo. Aber auch nichts auslassen. Cap versuchte sogar ernsthaft Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Na klar, haben alle gedacht, ich sei verrückt. Es lief auch nicht so gut. Aber ich stamme aus einer Fischerfamilie. Und du wirst nie einen Fisch fangen, wenn du deinen Haken im Boot lässt. Wenn du ihn auswirfst mit Köder dran, passiert vielleicht was. Ich glaube, die Amerikaner wollen ein neues Gesicht in Washington sehen. Jemanden, der frei handeln kann und nicht in Parteipolitik verwickelt ist. Weiter geht's im Helikopter. Die nächste Etappe führt von Georgia entlang der Küste nach South Carolina, Richtung Südstaaten-Metropole Charleston. Vorbei am Leuchtturm von Sappolo Island. Und über Savannah, dem Schauplatz vieler Hollywood-Filme. Hier saß Forrest Gump auf der Parkbank. Und ganz in der Nähe, im Yachtclub von Hilton Head Island, wird gerade das neue Schiff von Lara Nies seetüchtig gemacht. Lara lebt, wann immer es geht, auf dem Schiff. Zurzeit wird es instand gesetzt. Lara und ihr Lebensgefährte Brian nehmen sich Zeit dafür. In den Südstaaten lässt man sich nicht gerne hetzen. Wir lieben die Arbeit. Das ist natürlich ein Riesenprojekt, aber es bringt unheimlich Spaß. Wenn man alles selbst gemacht hat, kann man stolz sein auf das, was man geschafft hat, mit den eigenen Händen. Es wäre zudem sehr teuer, so etwas in Auftrag zu geben. Nur manchmal holen wir uns Handwerker. Aber das meiste kriegen wir selbst hin. Die beiden sind so etwas wie moderne Hippies mit großen Plänen. Wir wollen nochmal zu den Bahamas segeln, dann weiter in die Karibik und dann runter zu den Jungferninseln. Da werden wir eine Weile bleiben. Aber unser großer Traum ist Neuseeland. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist unser Ziel. Das Geld für ihr Projekt verdient Lara als Kunsthandwerkerin. Malen kann sie überall auf dem Globus, auch auf einem Boot. Und Kunden gibt es in jedem Hafen. Jedenfalls ist das ihr Plan. Lara kommt von der Küste und würde im Binnenland weder glücklich werden, noch Motive finden. Meine Kunst hat immer mit der Natur zu tun. Mit dem Ozean, seinen Pflanzen und seinen Tieren. Meine Motive stammen meistens von hier, weil ich hier ja lebe. Aber wenn wir unterwegs sind, mache ich Fotos und Skizzen und zeichne, was ich da sehe. Schleifen, lackieren. Schleifen, lackieren. Noch sind das Laras Hauptbeschäftigungen. Wir sind sehr abhängig vom Wetter. Es ist hier so feucht. Manchmal müssen wir tagelang warten, bis es trocken genug ist und nicht zu heiß. Sonst härtet der Lack nicht richtig aus und hält nicht. Also müssen wir auf das richtige Wetter warten, um streichen zu können. Und solange das Segelboot noch auf dem Trockenen steht, begnügt sich Lara mit dem Kajak. Damit kommen sie und Brian zwar nicht bis Neuseeland, können aber bestens ihre Heimat erkunden. Falls das Wetter mitspielt. Die Ostküste steckt voller Abenteuer. Aber auch voller Gefahren. Wir waren mal in einem üblen Gewitter vor Cape Fear. Die Blitze wurden richtig gefährlich und kamen aus drei Richtungen. Es heißt also nicht umsonst Cape Fear, Cup der Angst. Es war wirklich schlimm. Nach jedem Blitz waren wir ein paar Minuten lang blind. Die Küste der Südstaaten ist vor allem flach. Und wer sich nicht auskennt, verirrt sich leicht in den weitläufigen Sümpfen. 100 Kilometer Luftlinie sind es bis Charleston. Berühmt für den ausrangierten Flugzeugträger im Hafen und seine alten Häuser samt Südstaatenromantik. Charleston hat einen traurigen Platz in der amerikanischen Geschichte. Direkt vor der Küste liegt Fort Sumter. Mit dem Beschuss der Festung begann 1861 der Civil War, der Bürgerkrieg. Die meisten Fischer verbinden mit der Gegend etwas ganz anderes. Hier liegt einer der besten Fanggründe der Ostküste. Und damit das so bleibt, gibt es das Marine Resources Research Institute. Da arbeitet Erin Levesky. Wir wollen so viele Fische wie möglich markieren und überwachen. Unsere Hoffnung ist, dass wir einige der Tiere, die wir markiert haben, später wieder fangen. Damit wir etwas erfahren über die Bewegung und das Wachstum der Fische. Wir fangen sie immer und immer wieder und können sie identifizieren. Wir wissen also, das hier ist Fisch Nummer so und so. Und wir können ihn vermessen und sehen, wie er sich entwickelt hat. Sie ist Meeresbiologin und am liebsten mit dem Forschungsschiff auf dem Atlantik vor Charleston unterwegs. Direkt vor der Küste will sie Haie fangen, um sie zu markieren. Meistens nehmen wir Meereschen als Köder. Die bleiben sehr gut am Haken. Und wenn wir rausfahren, fangen wir jedes Mal ein paar davon. Die frieren wir ein und haben so immer genug Köder. Für Kapitän und Mannschaft geht es immer wieder an die gleichen Plätze, in der Nähe der großen Pötte. Die erste Highline wird vorbereitet. Eine Hauptschnur, an die viele kurze Seitenarme mit Ködern geklickt werden. Und wer nicht aufpasst oder ungeübt ist, hat schnell einen Angelhaken im eigenen Fleisch sitzen. Haie haben riesige Reviere und ziehen weit durch die Meere. Schwarznasenhaie zum Beispiel wandern bis runter nach Florida und kommen dann wieder zurück. Feinzahnhaie machen das auch so. Im Winter schwimmen sie nach Florida, weil das Wasser da wärmer ist und sie mehr Futter finden. Schon nach wenigen Minuten wird die Leine wieder eingeholt, um die Fische nicht zu quälen. Je länger ein Haken im Maul sitzt, umso größer ist die Gefahr, dass er tief verschluckt wird und sich nicht mehr lösen lässt. Einer beißt immer an. Es wimmelt hier nur so von Heil. Auch wenn es brutal aussieht, fast alle Fische überstehen die Prozedur unbeschadet. Sie hilft, den Bestand zu schützen. Jeder Hai wird gemessen. Eine Blutprobe kommt zum Gesundheitscheck ins Labor. Und im Fangbuch steht, welches Tier zu welcher Flossenmarke gehört. Die Marken sind dieselben, die man auch bei Vieh benutzt, bei Schafen oder Kühen. Das sind einfache Plastikteile, die wir an die Flossen klammern. Die sind stabil und halten lang. Nicht alle Berufsfischer mögen Ahrens Forschungszentrum. Die Wissenschaftler können eine Art als bedroht einstufen und dann wird ein Fangverbot verhängt. Um den Fischbestand genau überwachen zu können, muss auch das Durchschnittsalter der Tiere bekannt sein. Wenn wir es genau wissen wollen, brauchen wir die Otoliten. Das sind kleine Ohrknöchelchen. Wir nehmen davon winzige Stückchen und können damit präzise das Alter von Knochenfischen bestimmen. Erin tauscht ihre Forschungsergebnisse auch mit Kollegen in benachbarten Bundesstaaten aus. So lassen sich Fischarten, die auf Wanderschaft gehen, besser überwachen. Messen, auswerten und dazu beitragen, dass es dem Fischbestand gut geht. Für Erin ein Traumjob. Ich war immer sehr wissbegierig. Ich habe schon als Kind die Natur geliebt und wusste, das will ich werden. Es war immer meine Leidenschaft. Auch die Delfine freuen sich über gesunde Fischbestände entlang der Südstaatenküste. Von Charleston geht es vorbei am 100 Kilometer langen Strand von Myrtle Beach nach North Carolina. Auf die Outdoor Banks. Auch die Ostküste kennt Massentourismus. Wer im Badeurlaub nicht gern alleine bleiben will, wer Trubel und Animation sucht, ist in Myrtle Beach goldrichtig. Kein Grundstück bleibt ungenutzt. Doch nach jedem Hurricane zeigt sich, meistens holt sich die Natur zurück, was unvernünftige Bauherren ihr abbringen wollten. Wer Einsamkeit sucht, findet sie vor allem auf Privatinseln. Hier malt Chris Wilson am Strand von Figia 8 Island. Ganz in der Nähe von Wilmington. Einer Kleinstadt, die für ihre herrschaftlichen Willen bekannt ist. Chris Wilson malt seine Umgebung. Mal unberührte Natur, mal urbane Highlights seiner Heimatstadt. Wilmington. Ich suche nach ungewöhnlichen Landschaften, nach Dingen, die visuell etwas hergeben. Ich suche also nicht unbedingt die bekanntesten Touristenattraktionen von North Carolina. Mich interessiert vor allem die Bildkomposition. Manchmal verändere ich einen Baum oder lasse eine Wolke weg, weil es besser aussieht. Aber manche Dinge sind nicht verrückbar. Die müssen einfach bleiben, wo sie sind. Chris Wilson ist ein Mann des 19. Jahrhunderts und liebt dessen Architektur. Vor allem den neoklassischen Antibelam-Stil. 21 Zimmer hat seine Villa und wurde 1854 von einem deutschen Einwanderer gebaut. Jedes Stück im Haus ist hansverlesen und wohldrapiert. Gemalt wird im Keller. Ich arbeite hauptsächlich im Atelier, weil es schlicht unmöglich ist, eine 5 Meter große Leinwand draußen in den Wind zu stellen, ohne dass sie wie ein Segel davonfliegt. Um ein erfolgreicher Ateliermaler zu sein, muss ich technisch und methodisch einfach gut sein. Nur so lässt sich erreichen, dass meine Bilder den Betrachter so ansprechen, wie ich es geplant habe. Ein Großprojekt mit 100 Gemälden wird ihn noch jahrelang beschäftigen. Bilder entlang des Highway 64. Chris Wilson arbeitet sehr diszipliniert und ist hier unten von Wetter- und Lichtverhältnissen unabhängig. Und keiner redet ihm rein. Ich glaube, meine Familie hat verstanden. Der Maler selbst ist der Einzige, der eine Meinung zu den Bildern haben darf. Ihre Meinung möchte ich nicht hören. Egal ob gut oder schlecht. Das steht ihnen einfach nicht zu und das interessiert mich auch nicht. Seine Bilder, sein Haus, seine Lebensart. Sie sind ein Gesamtkunstwerk. Eine Inszenierung heiler amerikanischer Welt, wie es sie im wahren Leben nur selten gibt. Ich habe mich als Künstler nie als Anti-Held oder Bohemian oder Revolutionär verstanden. Ich widme mein Leben der Kunst und bemühe mich, ein guter Staatsbürger zu sein. Und dazu gehören auch lange Strandspaziergänge, die manchmal die Idee zu einem Bild liefern. Ich habe seit meiner Kindheit eine enge Beziehung zum Meer. Die Familie meines Vaters hatte Ferienhäuser an der Küste. Und die Familie meiner Mutter lebte immer an der Küste. Die glücklichsten Tage meiner Jugend habe ich auf den Inseln verbracht. Auch auf der nächsten Etappe gibt es sandige und menschenleere Abschnitte. Sehr zum Vorteil der Pelikane, die hier ihre Ruhe haben. Die Kraft des Atlantiks hinterlässt immer wieder ihre Spuren. Moorhead City profitiert von den Naturgewalten. Die kleine Hafenstadt ist Treffpunkt der amerikanischen Wracktaucher. Jeden Morgen legt hier das Tauchboot Olympus ab, falls das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Mit an Bord ist Nima Triplett. Sie organisiert Touren und ist leidenschaftliche Taucherin. Es ist einfach toll am Meer, mit anderen Menschen zusammen und dann eins mit der Natur zu sein. Die Taucher dieser Tour sind aus New York, Kalifornien, sogar Kanada angereist. Nur Nima wohnt gleich in der Nachbarschaft. Sie stammt aus Oklahoma. Fühlt sich aber längst hier an der Ostküste zu Hause. Weil der Ausflug kein Kinderschnorcheln wird, gibt's erstmal eine Einweisung für alle. Nima bietet Unterwasser Patenschaften an. Für Taucher, die noch nicht so erfahren sind. Friedhof des Atlantiks heißt die Gegend. Aus gutem Grund. Wer hier schlecht navigiert oder den Wetterbericht ignoriert, liefert der Tauchgemeinde schnell mal ein neues Ausflugsziel. In dieser Gegend gibt es so viele spannende Schiffswracks. Sie ziehen die Fische an, die im Golfstrom leben. Ich habe schon so manchen Tauchplatz in der Welt gesehen, aber keinen mit so einem Reichtum an Arten. Es ist jedes Mal wieder toll, hier runter zu gehen. Zwei Stunden dauert die Fahrt über den Atlantik. Dann ist die erste Station erreicht. Alle wollen zum U-Boot, das hier versunken liegt. Es wird 35 Meter in die Tiefe gehen. Hi, Nima. How are you doing? I'm good. Here I go. Here's my hand. How are you talking about? Apparently. Enjoy. 15 this time. Das U-Boot gehört zu den bekanntesten Schiffswracks der Welt. Es ist das U-352 und wurde im Zweiten Weltkrieg versenkt. Am 9. Mai 1942. Die Küstenwache hat es aufgespürt und mit einer Wasserbombe zerstört. Der U-Boot-Kapitän ließ auftauchen und die meisten seiner Leute kamen lebend raus. Aber sieben schafften es nicht mehr. Sie liegen noch immer da unten. Nima Triplett taucht als Letzte wieder auf. Es war so cool, überall Haie. So oft war sie schon da unten. Und trotzdem wird die Begeisterung nicht weniger. Es ist so friedlich. Es ist ein Ort, an dem außer uns Tauchern kein Mensch ist. Ich bin in der Tiefe und konzentriere mich nur auf das Atmen und darauf, durch das Wasser zu schweben. Und für mich hat das etwas unglaublich Friedvolles. Der zweite Stopp des Tages liegt eine gute Stunde entfernt. Vor dem nächsten Tauchgang muss ohnehin eine Pause sein, damit der Körper den angesammelten Stickstoff wieder los wird. Neues Ziel ist Tankschiff Aeolus, das im Sommer 1988 im Meer versank. Nima begegnet jedes Mal großen Haien und anderen Flossenträgern mit scharfen Zähnen. Tauchen ist nie ganz ungefährlich, aber in meinem Kopf habe ich eine Art Zaun, der mich vor den bösen Haien schützt. Wir fassen hier unten absolut nichts an, obwohl es manchmal sehr verlockend ist. Der Sandtigerhai neben uns hatte einen Angelhaken in der Flosse und ich hätte ihm ganz leicht helfen können. Aber das geht nicht. Man darf nichts anfassen. Ich liebe es hier. Ich fahre Kajak, ich gehe wandern und joggen am Wasser. Die salzige Luft. Es ist einfach wunderschön, wenn du einen Tag frei hast und ihn am Wasser verbringst. Ich mag das sehr. Mit ihrer Begeisterung für den Atlantik ist sie in großer Gesellschaft. Im Hafen von Moorhead City treffen sich regelmäßig die Big Game Fischer. Die Angler haben es mit ihrem schweren Gerät auf besonders kapitale Meeresfische abgesehen und kommen selten ohne fette Beute zurück. An der Küste von North Carolina wissen schon die Kinder, was mit dicken Fischen gemeint ist. Besser haben es da die Tiere von Shackleford Banks. Ihr Revier ist ein Nationalpark. Und wer die Wildpferde sehen will, muss sich an strenge Regeln halten. Cape Hatteras mit seinem Ringelleuchtturm liegt auf dem Weg nach Norden, auf die Outer Banks. Die schmale Inselkette liegt weit draußen im Atlantik. Trotzdem sind die Outer Banks gut erschlossen und in manchen Abschnitten dicht besiedelt. Bei Kitty Hawk gelang den Gebrüdern Wright der erste motorisierte Flug. Ganz in der Nähe ist die größte Sanddüne der Ostküste. Ein Paradies für Sandborder. Und für Hobbypiloten, die ein bisschen Gebrüder Wright spielen wollen. Hier weht fast immer ein guter Wind zum Fliegen. Das ist die Pier von Duck. Der Ort heißt wirklich so. Duck. Ente. Und das ist das Duck-Mobil. Offizieller Name Lark. Offizieller Einsatzzweck, Forschungsgerät in den Atlantik bringen. Professor Jesse McNinch und sein Team wirken auf den ersten Blick wie schräge Bastler. Aber das täuscht. In Duck arbeiten weltweit anerkannte Ozeanografen, die von den Kollegen um ihr Duck-Mobil beneidet werden. Es ist ein Amphibienfahrzeug. Damit können wir in die Brandung gehen, selbst bei hohen Wellen. Es kann hier ganz schön tückisch sein im Wasser. Und mit diesem Fahrzeug arbeiten wir direkt in der Brandung, transportieren unsere Ausrüstung, machen Beobachtungen und fahren wieder zurück. Bei diesem Einsatz wird ein Messgerät eingesammelt, das sich im Sturm losgerissen hat und abgetrieben ist. Es muss jetzt erstmal repariert werden, bevor es zurück ins Meer geht. Die Wissenschaftler kümmern sich vor allem um den Küstenschutz. Sie wollen die Kraft und die Gesetze des Ozeans besser verstehen. Was die Meereskundler in Duck erforschen, hat für die meisten Küsten der Erde Gültigkeit. Jesse McNinch würde mit keinem anderen Arbeitsplatz tauschen wollen. Was wie ein aufgerüstetes Golfmobil aussieht, ist ein Sandbohrer. Proben nehmen und Daten sammeln gehört zu den wichtigsten Aufgaben in Duck. Wir messen seit 30 Jahren Stürme, Wellen und Tiden. Und wir haben jetzt über drei Jahrzehnte Aufzeichnungen vom Anstieg des Meeresspiegels. Wir haben drei Jahrzehnte Aufzeichnungen von Stürmen, drei Jahrzehnte Aufzeichnungen von Küstenveränderungen. Wir können den Klimawandel aufgrund von durchgehenden Messungen beobachten. Dazu reichen nicht die Daten von ein oder zwei Jahren. All diese Erkenntnisse fließen direkt in den Küstenschutz. Gerade die Outer Banks werden immer wieder von schweren Unwettern heimgesucht. Der Forschungsstrand von Duck ist militärisches Sperrgebiet. Darum kann Jesse McNinch hier ziemlich ungestört experimentieren. Mit wissenschaftlichen Bohrungen zum Beispiel. Die helfen bei Sicherheitsfragen. Wie treffen Stürmer auf die Küste? Welche Schäden werden sie anrichten? Wie hoch werden Flutwellen? Und wie kann man sich vor ihnen schützen? In Sandkörnern kann er Antworten finden. Und mit diesem selbstgebauten Gefährt lassen sich meterdicke Proben vom Strand holen. Mit Eimer und Schaufel wäre hier nichts gewonnen. Die Sandlagen müssen genau so aus dem Boden geholt werden, wie sie sich abgelagert haben. Die Sandkörner erzählen eine richtige Geschichte. Wir ziehen mit unserem Rohr Proben aus dem Boden. Dann können wir die Sandkörner sehen, die tief unter der Oberfläche liegen. Das funktioniert so ähnlich wie mit den Jahreshängen der Bäume. An den Ablagerungen können wir die vergangenen Stürme ablesen. In einem Meter Sediment können die Spuren der letzten 10 oder 15 Sturmjahre stecken. Die letzten 10 oder 15 Jahre von Stürmen stecken. Der nächste Sturm kommt schon am selben Abend. Innerhalb weniger Minuten schlägt das Wetter um. Für Urlauber ist das ziemlich aufregend. Für Meeresforscher nicht. Das war doch nur Kinderkram. Bei mir kommt die Aufregung erst mit der Hurricane-Saison, wenn die großen Wirbelstürme anrücken. Wir brauchen sie für die Forschung. Aber es ist auch spannend zu sehen, was dann mit den Leuten passiert. Wie sie während der Stürme näher zusammenrücken. Sie können sich beim Aufräumen helfen, die Möbel wieder herrichten oder die Häuser, wenn sie überflutet wurden. Am nächsten Morgen hat es sich ausgestürmt. Und Jesse kann am Ende der Pier wieder ganz entspannt die täglichen Messaufgaben erledigen. Das ist eine Seki-Scheibe. Ein ganz einfaches Ding. Das wird seit Jahrzehnten benutzt. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Wir senken sie ins Meer. Und dann messen wir einfach, wie lange man sie noch sehen kann. Das ist ein gutes Beispiel für die Bandbreite unserer Arbeit. Von Orkanforschung bis zur Erforschung der Wasserklarheit. Wir messen hier vor Ort und manchmal auch aus der Luft. Und es gibt noch einen Grund, warum Jesse hier so gerne arbeitet und lebt. Ich bin sicher, ohne das Meer wäre ich nicht so glücklich. Ich habe ein paar Jahre in Nebraska gelebt. Für mich war das die Hölle. Ich wollte unbedingt zurück ans Meer. Die Outer Banks sind ein Ort zum Austogen. Kein Wunder, dass sie auch Amerikas längste Sandkiste genannt werden. Die letzte Etappe führt von Duck nach Virginia. Auf dem Weg in Norfolk liegt Amerikas größter Marinestützpunkt. Weiter nördlich, in Onankoc, geht es beschaulich zu. Bei guter Musik und gutem Essen. Zwei Leuchttürme weisen Seeleuten den Weg nach Norfolk. Die Stadt ist ein Bollwerk. Und die militärische Präsenz ist nicht zu übersehen. Wer mit Tunnel und Brücken die Chesapeake Bay hinter sich gelassen hat, ist fast schon in Onankoc. Alle hier kennen Johnny Moe und sein Lied von der Ostküste. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Es ging beides zur gleichen Zeit los. Mit 13 habe ich angefangen, mich fürs Kochen zu interessieren. Gleichzeitig fing ich an, mich für Mädchen zu interessieren. Mädels finden es toll, wenn man Gitarre spielt. Ich wurde besser im Kochen, ich wurde besser im Spielen. So ist das mit der Zeit zusammengewachsen. Bevor Johnny nach Onankoc kam, war das Dorf nicht gerade für Gourmet-Küche bekannt. Dabei ist es leicht, frische Zutaten zu finden. Die Gerichte auf den Tellern sind jeden Tag ein bisschen anders und hängen sehr von Johnnys Laune ab. Zum Glück bleibt er meistens fröhlich in seiner Küche. Ich habe meine eigene Handschrift entwickelt. Ich nehme die Gerichte aus dieser Gegend. Sowas wie Crab Cakes. Die verändere ich dann nach meinen eigenen Ideen. Und ich glaube, die Leute sind froh, weil sie einfach mal was anderes kriegen als immer nur die Klassiker. Sie haben mich mit offenen Armen aufgenommen. Wenn Johnny am Herd steht, ist an Ruhe nicht zu denken. Bei mir ist immer Musik in der Küche. Die ganze Zeit. Ich höre das Brutzeln in der Pfanne oder das Hacken des Messers auf dem Brett. Da ist überall Musik drin. Das inspiriert mich. Und manche Gäste kommen nur, um Johnny Moe zu sehen, der niemanden hungrig nach Hause schickt. Selbst wenn er längst Feierabend machen möchte. Und wann erholt sich Johnny Moe? Morgens zum Beispiel. Dann schnappt er sich sein Boot und fährt hinaus auf die Chesapeake Bay. Ein Meer, ein Mann, eine Gitarre. Eingefleischte Großstädter werden sagen, hier ist ja absolut nichts los. Gerade das macht Unencock so einmalig und liebenswert für den singenden Koch. Ich war schon überall an der Küste. Von Maine bis Florida. Aber das hier ist etwas Besonderes. Es ist so ursprünglich hier. Nirgendwo sonst gibt es noch so viele kleine, charmante Orte. Ohne Fastfoodketten und Einkaufszentren. Früher war er mal ein richtiger Binnenländer, denn seine Eltern lebten in der Nähe von Washington. Doch solange er zurückdenken kann, zog es ihn an die Ostküste. Und dann fand ich diesen wunderschönen Ort. Ich werde nie wieder von hier weggehen. Wenn ich sterbe, sollen sie meine Asche im Ozean verstreuen. Hier in dieser Bucht. Ein Platz zum Bleiben. On the Eastern Shore. An der Ostküste natürlich. Von Georgia bis Virginia vereint sie vier amerikanische Bundesländer zu den entspannten Südstaaten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017